Ich hatte einen harten Kampf vor mir, wissen Sie? Ich habe meiner Familie viel zugemutet. Je mehr du einsteckst, desto härter teilst du aus, verstehe? Wer los! Aber du steckst einfach zu viel ein, bevor du explodierst. Du kannst so nicht weitermachen. Denk an unsere Tochter. Was ich dir noch sagen wollte. Du hast mich lieb. Hab mich lieb. Ich weiß immer schon vorher, was du sagen willst. Echt? Begrüßen Sie den amtierenden Weltmeister im Halbschwergericht, Billy Hope. Ich würde hier nicht stehen ohne meine Frau Maureen. Hey, Billy, warum gehst du denn schon? Komm, geh weiter. Schätzchen, wenn du einen richtigen Mann brauchst, ich bin hier. Lass ihn doch. Komm, gehen wir nach Hause. Ich hole mir deinen Gürtel. Ich nicht! Baby, halt so, ich bleibe da, sieh mich an. Nein, 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 nein! Nein, nein! Dieses Gericht weiß um das schwere Schicksal, das ihre Familie getroffen hat, Mr. Hope. Dennoch, sie haben äußerst gewaltbereites Verhalten gezeigt und die Aufsichtspflicht für ihr Kind grob vernachlässigt. Dad? Du brauchst Hilfe, Billy. Du bist noch ein ganzes Jahr gesperrt, das heißt null Einkommen. Das Sorgerecht für das Kind bleibt so lange beim Jugendamt, bis der Vater dem Gericht glaubhaft machen kann, dass er der Verantwortung gewachsen ist. Aber... Daddy, ich will da nicht stehen. Es tut mir leid. Bitte, Daddy. Komm, sie. Ich will bei dir bleiben. Ich will bei dir sein. Daddy! Soll ich mit reinkommen? Nein, Mann. Ich muss das allein machen. Was sucht ein Billy Hope in meinem Gym? Ich brauch einen Job. Und einen Ort zum Trainieren. Nur wenn du dich an unsere Regeln hältst. Ich will meine Tochter nicht verlieren. Dafür tue ich alles. Hilfe, ich will dir raus, bitte! Ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Du weißt überhaupt nicht. Ihre Tochter will sie nicht sehen. Sagen Sie, ich hab sie lieb. Lass sie dich ruhig hassen. Sie braucht das. I am for you! Willst du nochmal um den Titel kämpfen? Glaubst du, dass du ihn schlagen kannst? Nicht ohne dich. Ich werd wieder kämpfen. Und ich krieg mein Kind zurück. Kann Billy Hope diesen Kampf gewinnen? Die Chancen stehen schlecht für ihn. Die sagen, du schaffst es nicht. Du bist fertig. Das ist deine Chance. Zeig's ihnen! Du hast dein Schicksal selbst in den Händen. I am for you, 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 for you.